Erdnusstempler Erdnusstempler Hallo YouTube! Ich bin der Erdnusstempler und ich mache heute ein Video, weil ich sonst keine Hobbys habe. Ja, ich wollte nur sagen, Hoden schmecken irgendwie nach Pisse. Ja, ich wollte eben sagen, ich habe in letzter Zeit wenige Videos gemacht, weil die Zeit hat mir gefehlt, die Motivation und das Geld. Obwohl ich eigentlich sowieso kein Geld für YouTube ausgebe, geschweige denn etwas dazu verdiene. Ja, weil nach 8 Stunden Arbeit und dann noch schlecht im Internet habe ich ehrlich gesagt keine Lust noch was Richtiges, Großes zu filmen oder das alles zusammenzuschneiden und so weiter, das wisst ihr ja bestimmt. Ich beschäftige mich lieber so mit Audio, also mit Hörspielen und FanDubs und so, da eher in letzter Zeit. Ja, es ist schon ein bisschen her, liegt schon ein paar Tage zurück, aber ich habe einen sehr guten Start in den Dezember. Wisst ihr auch, warum? Schaut mal, was mir der Sascha mitgebracht hat. Einen My Little Pony Adventskalender. Rainbow Dash, Fluttershy, Twilight Sparkle und Pinkie Pie und bestimmt mit viel leckerer Schokolade innen drin. Und hier, wer ist dein Liebling? Natürlich, Rainbow Dash, das erkennt man ja hier schon. Ich habe mich wirklich richtig stark darüber gefreut, es ist jetzt sowas von süß und so weiter. Passt doch ideal zu meiner Bettwäsche. Ich bin wieder da. Wer sind sie? Hast du mich verarscht? Du kennst mich nicht? Nein, ich kenne sie nicht, nein. Ach, da hatte ich wohl recht. Kein zwei Erkenntnis. Ich bin jetzt schon mal dauer. Wenn ich jetzt immer noch etwas Wie war das eins aus, schön, ja. Aber wie war das im Einzelnen?